Diamond Castle, Dioron, Kolossal, Quinto. Mit den Möglichkeiten das große Erbe ihres Vaters anzutreten, Dioron. Ein Springer, wie man ihn sich nur wünscht für den Topsport. Die Großmutter Kieser brachte das S-Springpferd Kurt hervor, der 2017 und 2018 für Russland an den Europameisterschaften der jungen Reiter teilnahm und sich mit André Sakakini in großen Preisen platzierte.